hallo wir wollen uns heute noch ein bisschen mit der komplexität einiger populärer spiele beschäftigen als diejenigen die ihn bisher so genannt hatte und bevor ich dazu komme möchte ich außerdem noch etwas über einige weitere komplexitätsklassen sagen hier was meine ich damit naja wir hatten schon in einigem detail über p time np p space und auch nl gesprochen es sind aber natürlich bei weitem nicht alle klassen die man betrachten kann und das sollte man zumindest mal kurz erwähnen wie sieht da die landschaft aus was gibt es da so noch und was kann man vielleicht so als ausblick noch zu diesen dingen sagen was man sich dann noch später in folgevorlesungen zum beispiel aneignen könnte ok willkommen zurück also mein name ist marcus krösch das ist theoretische informatik und logik hier an der theu dresden und überall sonst im web komplexität jenseits von p space ja also wir sind im prinzip vom einfachen zum schwereren gegangen np hatten wir schon als relativ schwer erkannt aber p space ist noch etwas schwerer nach allem was wir wissen und ahnen die frage ist jetzt natürlich wie geht es weiter gibt es da noch mehr kann das noch schwerer werden und das wissen wir natürlich im prinzip auch schon man kann alles was hier polynomiell ist p np p space genauso gut durch exponentiell ersetzen und hat dann ein ganz ähnliches bild da gibt es dann nicht mehr p time sondern ex time np wird zu n ex time und p space wird zu ex space und sie können sich denken das ist schon eine ziemlich ausdrucksstärke eine ziemlich mächtige klasse das kann man tun und da kann man auch weitergehen indem man beliebig hohe türme von exponenten konstruiert also sie können ja nicht nur zwei hoch ein polynom als ihre laufzeit nehmen sondern sie können auch zwei hoch zwei hoch ein polynom als ihre laufzeit nehmen wenn sie also zweimal in den exponenten gehen dann erhalten sie 2 ex time das kann auch nicht deterministisch sein und das kann auch wieder zu ex space sein im übrigen ich hoffe sie erinnern sich und sehen gleich wenn ich ihnen das so zeige dass die nicht deterministischen speicher klassen also in diesem fall hier in ex space in 2 ex space und so weiter nicht interessant sind weil sie oder besser gesagt nicht erwähnenswert sind an dieser stelle hier weil sie einfach mit den deterministischen zusammenfallen ja also das was für was savage theorem uns bei p space versus np space schon sagt das gilt natürlich auch bei ex space versus an ex space also man kann mit wenig speicher aufwand die nicht deterministische touring maschine mit speicher beschränkung auch deterministisch simulieren und deshalb gibt es hier keine nicht deterministischen speicher klassen das ist der einzige grund die sind schon mit eingebaut aber es gibt nicht deterministische zeitklassen und wir haben keinerlei wissen darüber ob die mit den anderen deterministischen zusammenfallen oder nicht in der regel wissen wir überhaupt nicht ob diese klassen zusammenfallen genauso wie wir es bei p np und p space nicht wissen gilt das auch für alle anderen dieser ebene okay und das bildet natürlich auch insgesamt eine kette ja nach p space finden wir ex time nach ex space finden wir 2 ex time nach 2 ex space finden wir 3 ex time und so weiter und so fort viele von den dingen die wir gelernt haben gelten in diesen sphären wie zuvor es ist nur so dass die klassen wie man sich leicht denken kann von immer geringerer praktischer bedeutung sind weil man dann schon relativ weit weg von dem ist was noch umsetzbar ist und was man implementieren kann ja wenn ein problem so schwer ist dann ist es im prinzip schon so gut wie und das aber vielleicht nicht dass der hauptgrund warum diese klassen nicht auftreten ich sag gleich noch was dazu wie sieht es eigentlich aus also gibt es solche schweren probleme überhaupt finden wir die zunächst einmal antwort aus theoretischer sicht natürlich gibt es solche probleme ja theoretisch können wir solche probleme konstruieren die aber auch wenn sie vielleicht etwas künstlich anbieten das kann man das leicht finden wenn ich also irgend so eine k ex klasse habe 2 ex 3 ex 4 ex sie erinnern sich ex bis die kurzschreibweise von ex time nicht space dann könnte ich zum beispiel ein problem angeben was letztlich das wort problem einer deterministischen turing maschine ist mit dieser zeitbeschränkung also gegeben eine deterministische turing maschine und eine eingabe wie frage ich ob m das wort wie in der zeit zu 22 22 hoch länge von w hier ganz klein oben akzeptiert also das heißt ich frage nach einem letztlich ist es ein wortproblem aber ein wortproblem mit einer zusätzlichen zeitbeschränkung und jetzt würden wir können sie sich überlegen warum ist das überhaupt ex k exp vollständig ja also wir hatten ja k exp definiert als 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch einem polynom in wie und jetzt habe ich hier einfach nur die länge von w linear das scheint weniger zu sein aber es stellt sich heraus dass da diese probleme auch alle k exp vollständig sind das kann man sich überlegen wie würde ich zum beispiel wenn also ein problem nur in dieser zeit länge von w hoch 42 hier oben im exponenten lösbar ist wie kann ich es dann trotzdem polynomiell auf ein problem reduzieren was man in dieser art und weise lösen kann ja können sich mal überlegen ähnliche ideen kommen auch in den übungen vorher okay aber das ist also ein recht künstliches problem also ich kann sagen klar diese klassen sind mit turing maschinen definiert da finde ich auch mit turing maschinen ausgedrückte probleme die im prinzip die universellen oder die mächtigsten probleme für diese klassen sind das ist auch kein selbstläufer ja also es gibt durchaus komplexitäts klassen bei denen wir nicht von irgendeinem vollständigen problem für diese klasse wissen und auch nicht davon ausgehen dass es vielleicht welche gibt aber die werden diesen noch ganz anders definiert darüber spreche ich ja nicht okay in diesem fall also diese grundklassen die wir hier behandeln da ist es immer klar dass es auch ein problem gibt das ist jetzt aber natürlich vielleicht noch kein sehr interessantes problem wenn es das einzige ist es gibt auch teilweise tatsächlich ziemlich schwere probleme in der praxis aber nicht sehr viele ein beispiel was ich hier gleich geben kann ist zum beispiel der w3c standard also weltweit web konsortium der web ontology language auch als auch bekannt in version 2 das verschiedene versionen des standards das tut hier nichts zur sache aber so heißt das das definiert eine logische beschreibungssprache so eine art uml mit logischer semantik wenn sie so wollen die man für die beschreibung von ontologien verwendet und diese logische beschreibungssprache ist also aus mathematischer sicht eine eine logik ja also es ist nicht aussagenlogik ist ein bisschen komplizierter aber es ist eine logik und ich kann mit dieser logik logisches schließen betreiben ich kann zum beispiel erfüllbarkeit fragen genauso wie ich bei aussagenlogik das fragen kann aber stellt sich heraus es ist etwas schwerer das zu tun es ist nämlich n2 exp vollständig und das ist natürlich schon ein ganz schöner hammer trotzdem gibt es für diese sprache eine menge implementierungen es wird auch in der praxis eingesetzt die der grund warum das funktioniert ist einfach dass dieser worst case der die n2 exp vollständigkeit begründet in der praxis in dem was gebraucht wird oder dem was angewendet wird nicht von bedeutung ist also das heißt immer noch nicht dass einfach ist ja selbst wenn hier das n wegfällt oder die 2 wegfällt ist es immer noch schwer genug damit auch zu arbeiten aber um wirklich beides zusammen hier auszureißen reizen muss man schon ziemlich seltsame dinge darstellen die in der regel nicht gebraucht werden also das ist der grund warum diese 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 schlimmste situation hier nicht die wichtigste ist wenn man bewerten will wie praktikabel das ist okay das ist also eine ein praktisch relevantes offenbar ein industrie standard ja ein praktisch relevantes problem was auch implementiert ist und eine hohe komplexität darüber hinaus gibt es auch entscheidbare probleme die überhaupt nicht mehr in eine dieser klassen fallen also die auch bei k exponenten immer noch nicht ausgereizt sind diese probleme nennt man nicht elementare probleme also nicht elementar deshalb weil man mit elementaren arithmetischen operationen nicht mehr ausdrücken kann wie die funktion aussieht die ihre laufzeit beschränkt solche funktionen gibt es die ackermann funktion zum beispiel hat dieses diese eigenschaft auch dass sie nicht elementar beschränkt werden kann okay also das kann man nicht mit exponenten nicht mehr mit türmen von exponenten mehr ausdrücken aber auch solche probleme können praktisch leicht definiert werden die sind nicht so fern die äquivalenz von regulären ausdrücken also ich habe zwei reguläre ausdrücke gegeben und ich möchte herausfinden ob die die gleiche sprache beschreiben ist nicht elementar wenn ich zusätzlich zu dem was wir bei regulären ausdrücken kennengelernt haben auch noch einen komplementierungs operator zu lassen ja sie erinnern sich vielleicht reguläre sprachen waren unter komplement abgeschlossen also alles was nicht in einem bestimmten regulären ausdruck erfasst ist ist auch wieder was was regulär ist aber wenn ich also dieses umkehren des negieren des regulären ausdrucks als operation mit in den regulären ausdruck aufnehmen und dann frage sind zwei solche ausdrücke gleichwertig beschreiben die die gleichen strings dann ist das zwar entscheidbar aber nicht elementar und es stellt sich jetzt heraus es gibt noch viel schwierigere probleme in der praxis aber die sind in der regel einfach unentscheidbar also und da gibt es viele praktische und naheliegende dinge zum beispiel sie wissen es die syntax von c++ ja ob ein gegeben datei ein c++ programm enthält was gültig ist oder nicht das ist schon unentscheidbar ja das ist ein bisschen back im standard witzige mehr oder weniger witzige anekdote dass man das schon nicht entscheiden kann aber was wir also sehen ist es wäre glaube ich ein fehlschluss zu sagen hohe komplexitäten sind nicht praktisch wichtig schwere probleme treten in der praxis nicht auf die brauchen wir nicht im gegenteil was aber häufig passiert ist man rutscht ganz ganz schnell in die unentscheidbarkeit also dass der weg von ist kann nicht viel machen ist ziemlich beschränkt zu ist touring mächtig kann alles machen ist unentscheidbar ist ein sehr kurzer in der informatik und häufig wenn man nicht viel darüber nachdenkt und das nicht sehr ausgeklügelt macht landet man gleich in einem schritt beim moment unentscheidbar und das ist eben auch viel passiert also c++ ist so ein beispiel aber auch sql ist ein beispiel sql 99 mit mit den rekursiven operationen dort das sind alles dinge die man von denen man nicht eigentlich per design wollte dass sie unentscheidbar sind aber diese dann sich so herausgestellt haben und das ist eben sehr einfach hingegen wenn ich etwas konstruieren wollte was noch entscheidbar ist aber vielleicht bis 3 expo geht oder bis 4 expo dann müsste ich mir schon viele gedanken machen wie genau ich das so begrenze dass es nicht gleich viel weiter bei abrutscht und das ist wahrscheinlich der hauptgrund warum wir in der praxis solche schweren probleme relativ selten antreffen man macht sich diese arbeit in der regel nicht mit 4 expo oder 5 expo weil das eben schon so hoch ist dass man dann eh nicht mehr hinkommt oder dass es zumindest kein sehr erstrebenswertes ziel zu sein scheint genau da hinzukommen okay aber bei sowas wie der web ontology language vom b3c wurde dieses dieser aufwand also betrieben also die ist ganz sorgfältig so entwickelt worden dass sie entscheidbar bleibt trotz der hohen komplexität die man durch die features die die anwender gerne gehabt haben eben dann doch irgendwie da rein bekommen hat okay das also zu den hohen komplexitätsklassen wie sieht es jetzt nach unten aus was gibt es denn für komplexitäten unterhalb von p auch da haben wir schon ein bisschen was gesehen wir haben gesehen unterhalb von p ist nl nicht deterministisch logarithmischer speicher und darunter ist l der deterministische logarithmische speicher und da haben wir gesehen da gibt es wenn man so tief geht bereits technische probleme denn touring maschinen mit logarithmischen speicher brauchen getrennte ein und ausgabe bänder damit sie nicht schon mehr speicher als sie eigentlich verwenden dürfen brauchen um die eingabe darzustellen oder eben die ausgabe wir müssen also dass die schwierigkeit der berechnung von der größe des berechneten oder das dessen womit man rechnet trennen und es gibt auch noch ein anderes technischen effekt ich weiß nicht ob man es als problem bezeichnen müsste sollte aber logarithmen an sich sind eben nicht abgeschlossen unter polynomial operationen zum beispiel können wir nicht sagen ob l gleich nl ist oder nicht das ist also etwas obwohl wir das sonst bei solchen speicher klassen haben dass die nicht der mystische speicherklasse gleich der deterministischen ist so wie bei p space und np space gilt das eben bei log space nicht weil die so schwach sind dass selbst die konstruktion die sich walter savage da überlegt hat mit der mittelförst suche zu viel zusätzlichen speicher benötigt um noch in l zu liegen das liegt in l quadrat im prinzip ok also da gibt es schon ein paar details und da wird es dann schon ein bisschen knifflig und wenn man jetzt noch weiter nach unten gehen möchte dann muss man noch ganz anders ran denken dann wird es auch schwierig mit den touring maschinen zu arbeiten die wir hier so betrachtet haben als berechnungsmodell dann braucht man noch mal ganz andere rechenmodelle und da gibt es zwei dinge die gemacht werden die erwähne ich ihnen hier nur kurz es gibt die möglichkeit schaltkreise zu benutzen das sind ja nicht zyklische schaltungen durch die also bits laufen und am ende ein ergebnis produziert wird das führt zu einem themengebiet das nennt sich circuit komplexity das ist an sich ganz gut verständlich und gar nicht so kompliziert aber es ist eben keine touring maschine sondern ganz anderes modell und da gibt es auch ein paar technische aspekte team anklären muss wie kann man mit einem schaltkreis beliebig viele probleme lösen zum beispiel das geht ja nicht der hat ja eine bestimmte größe und es gibt auch die möglichkeit über logarithmisch zeit beschränkte touring maschinen nachzudenken das klingt erstmal widersinnig wenn ich logarithmisch die zeit beschränke dann nützt mir selbst mein getrenntes eingabeband nichts mehr ich kann es nicht schaffen den ein die eingabe zu lesen in der mir verfügbaren zeit ja die zeit ist viel zu kurz um überhaupt anzuschauen was die eingabe ist geschweige denn irgendwas zu berechnen das scheint also erstmal nicht möglich zu sein aber es stellt sich heraus man kann das trotzdem schaffen durch parallel verarbeitung wenn man touring maschinen betrachtet die im prinzip wo prozesse forken können so dass jeder prozess einen teil der eingabe verarbeitet und die außerdem die möglichkeit haben zu einer weiter hinten liegen den stelle der eingabe zu springen das nennt man random access touring maschine anstatt schritt für schritt dorthin zu laufen das würde ja auch viel zu lange dauern dann kann man es schaffen auch mit ganz kleinen zeiten schon dinge zu berechnen und sowas wie ersetzen sie alle a's in der eingabe durch ein b das würde dann in solchen in solcher logarithmischen zeit auch möglich sein und naja gut wenn man noch weiter runter geht dann gibt es natürlich auch automaten modelle die haben wir ja schon in der vorlesung zum thema formale sprache und automaten kennengelernt ja wo man gar keinen speicher hat wo man einfach nur dinge mit einem zustand verarbeitet das problem was es sich ergibt wenn man sehr weit nach unten geht ist dass die klassen dann wenig robust sind also das heißt da kommt es dann wirklich auf kleine details an weil schon kleinste abweichungen dazu führen dass man diesen kleinen ressourcen bereich in dem man sich aufhalten will verlässt und deshalb ist es dort nicht mehr so einfach allgemeine ans aussagen zu machen und es wird euch relativ technisch dazu untersuchen aber es ist auf jeden fall möglich und zumindest für die schaltkreis komplexitäten gibt es auch eine menge anwendungsfälle und die sind rundherum um l und nl also die sind nicht alle kleiner als l sondern da gibt es auch welche die größer sind und zwischen p und l liegen also da kann man eine ganz interessante landschaft von komplexitäten aufsparen okay gibt es wiederum solche probleme ist irgendetwas so leicht ja auch bei subpolynomeren klassen kann man das zum teil aus der definition ziehen also oft ist es so dass das schon durch die definition bestimmte probleme sich ergeben im prinzip fragen über das berechnungsmodell was man verwendet die dann auch diese entsprechende universalität haben aber das ist natürlich auch immer ein bisschen künstlich und und konstruiert es gibt aber auch praktische probleme die so leicht sind sogar eine ganze menge ich würde fast sagen fast alles was sie bei einem als als rechnungen durchführen in in der informatik ist in sehr niedrigen komplexitäts klassen also die die meisten befehle die sie zu direkt beim programmieren nutzen sind sehr einfach auszuführen die meisten instruktionen die ein prozessor ausführen kann sind sehr einfach auszuführen und das heißt es gibt wirklich viele solche probleme l ist da im vergleich schon ratified oben die klasse also da kann man sowas wie eben erreichbarkeit von ungerichteten grafen ist drin reingold 2005 ich hatte es erwähnt zweifärbbarkeit von grafen also ob man ein graf abwechselnd rot und blau färben kann so dass keine benachbarten knoten in der gleichen farbe am ende sind dann das ist also eine frage die ich in l beantworten kann das also ganz leichte probleme noch weiter runter kann man auch kommen ganz einfache logische und arithmetische operationen alles was mit rechnung berechnung machen können multiplikation von zwei bin ja kodierten zahlen oder so das sind ganz einfache probleme beantwortung von fest vorgegebenen sql anfragen also wenn ich sage ich habe eine ich schreibe ein programm was nur eine einzige datenbank anfrage beantworten darf oder soll aber die eingabe ist eine datenbank also eine beliebige datenbank soll eingabe sein und die dass die aufgabe ist die eine anfrage zu beantworten das hat eine sehr niedrige komplexität was ja an gewisser weise nett und gut ist denn wir wollen dass datenbanken skalieren wortprobleme endlicher automaten haben sehr niedrige komplexität was immer in diesem fall problematisch ist von sowas wie schwere und vollständigkeit zu sprechen weil sie haben es ja gemerkt bei uns wir müssen wenn wir schwere definieren wollen also universalität eines problems in der hinsicht dass alle probleme einer bestimmten klasse sich darauf reduzieren lassen das heißt wenn das problem gelöst wird dann hat man universell alle probleme der ganzen klasse gelöst um das zu definieren muss man immer eine art von reduktion haben und die reduktion muss einfacher sein als das problem selbst sonst ist es uninteressant ja also das könnte ich beim reduzieren das problem gleich lösen und ja sie ahnen es je weiter ich nach unten geht desto schwieriger wird es reduktionen zu finden die noch einfacher sind als das was man dort eigentlich überhaupt zur verfügung hat und dann wird es noch technischer also deshalb wird da selten von vollständigkeit gesprochen andererseits ist auch praktisch meistens nicht von so großer bedeutung festzustellen dass ein bestimmtes problem zu den schwersten problemen in l gehört ja weil l keine sehr schwere klasse ist also selbst die schwersten probleme in l sind nicht besonders schwer deshalb ist es keine besonders wertvolle information was ich auch noch erwähnen kann ist dass viele dieser leichten probleme also viele der subpolynomiellen probleme sich auch sehr stark parallelisieren lassen sehr gut parallel verarbeitet werden können das ist vielleicht die wichtigste praktische eigenschaft die diese dinge haben denn wenn sie sich anschauen wie lösen sie erreichbarkeit in ungerichteten grafen ja nl schöne sache aber am ende der algorithmus den sie benutzen wird trotzdem probleme laufzeit haben und vielleicht nicht mal linearer ja insofern fragen sie sich vielleicht ja was ist da überhaupt der vorteil gegenüber p und die antwort ist vielleicht ja von der laufzeit her keiner aber sie könnten die berechnung parallelisieren sie könnten das mit matrix operationen lösen mit matrix multiplikationen könnten mit mit zehntausenden prozessoren gleichzeitig das problem lösen das wäre immer noch schneller als wenn sie es nur mit 5000 lösen und diese eigenschaft dass man so extrem parallelisieren kann die ist nicht universell in der informatik nach allem was wir wissen also viele probleme ab p im prinzip sind die probleme nicht mehr parallelisierbar so gut und das ist also eine besondere eigenschaft dieser niedrigen klassen okay gut das sind also die sonstigen komplexitäts klassen über die ich hier noch sprechen wollte es gibt noch eine menge andere probabilistische klassen quanten berechnungs modell klassen klassen bei denen man noch andere aspekte mit beinhaltet zum beispiel orakel klassen bei denen man also die möglichkeit hat noch ein orakel zu befragen einen ein mystischen kurprozess oder in irgendeinen teil des problems vielleicht löst und dann ist die frage wie viel brauchen sie dann noch machen also da kann man sehr viele interessante dinge tun nicht in dieser vorlesung ich hatte versprochen noch was über komplexität und spiele zu sagen das möchte ich noch mal kurz erwähnen ich werde es nicht im detail zeigen für alle diese spiele aber es gibt trotzdem so was wie allgemeine intuition die man da haben kann viele spiele haben etwas mit komplexität am hut oder können komplexität theoretisch untersucht werden np ist eine typische klasse für solitärspiele solitärspiele spiele die sie alleine spielen können sudoku minesweeper tetris gelten als np vollständig wobei bei minesweeper ich glaube da kamen mal zweifel auf ob das korrekt ist die reduktion aber vielleicht auch nicht also im wesentlichen sind die sollten die np vollständig sein warum ist das eine typische klasse für solitärspiele naja weil sie bei solitärspielen in der regel sich wünschen dass sie feststellen können ob sie gewonnen haben aber es sollte trotzdem nicht leicht sein zu gewinnen und das ist da passt np natürlich wunderbar denn dort ist es wie wir wissen leicht eine gegebene lösung zu prüfen um zu prüfen ob sie wirklich stimmt aber es ist schwer die lösung zu finden und das ist das ist das was uns beschäftigt wenn wir ein spiel spielen im übrigen tetris da müssten sie erstmal klären was ist überhaupt das entscheidungsproblem das entscheidungsproblem bei tetris in der regel ist gegeben eine bestimmte folge von teilen die noch auf sie zukommt können sie es schaffen alle reihen zu entfernen das ist tatsächlich np vollständig ist natürlich nicht die art wie sie das spiel normales spiel aber es zeigt uns vielleicht trotzdem etwas dass nämlich die frage was ist die optimale positionierung von teilen wenn ich bestimmte informationen über die noch kommenden teile habe dass das kein leicht zu entscheidendes problem sein kann unter beständen aber naja eben nur dann wenn man wirklich viele teile in die zukunft schauen kann und dadurch kompliziertere pläne aufstellen muss okay np solitärspiele und für all diese dinge finden sie auch beweise im web meistens ist das so ein zeitvertreib den den man gut machen kann nimmt man sich ein spiel und zeigt mal was das für eine komplexität hat das wurde tausendfach gemacht gibt es listen davon wikipedia peace base ist eine typische klasse für spiele bei denen zwei spieler abwechselnd eine polynomielle zahl an zügen durchführen polenomiell weil das spielfeld zum beispiel dann voll ist weil man dann nicht mehr weiterspielen kann wir hatten geography als ein etwas abstraktes spiel es gibt reversi es gibt tic tac toe tic tac toe ja peace base komplett ja hätten sie es gedacht gut wenn man es natürlich nur mit dreimal drei feldern spielt geht es da ist es nicht allzu kompliziert aber wenn sie es auf beliebig großen feldern spielen dann wird es tatsächlich auch schwierig da gewinnstrategien zu haben das sind also spiele warum können wir dann nur polenomiell viele züge machen naja aber wenn jedem zug irgendein feld mit x oder o markieren und irgendwann sind die felder alle das spiel zu ende aber auch sukobahn kiste ja das spiel bei dem sie kisten schieben müssen obwohl man die kisten hin und her schieben kann was natürlich im prinzip zu einer längeren spieldauer führen kann als polenomiell okay das ist also typisch peace base exp time findet sich typischerweise bei spielen in denen man züge rückgängig machen kann sokobahn ist hier eine ausnahme polenomiales schachbrett exponentiell viele züge ja sie können auf einem polenomialen schachbrett sehr lange hin und her ziehen bevor sie da das spiel beendet haben und das ist auch klar dieses rückgängig machen ist notwendig um exponentiell viele züge durchführen zu können also das ist das zum beispiel wenn sie alle möglichen zeilen einer wahrheitswert tabelle durchgehen wollen dann ist das exponentiell aber es geht nur dadurch dass sie irgendwann eine eins wieder zu einer null machen die sie schon gesetzt hatten also sie können das nicht durch nur hinzufügen von einzel kommen sie nicht so weit lassen sie sich übrigens dadurch jetzt nicht verwirren dass wir gesagt haben das durchtesten einer wahrheitswert tabelle ist in peace space möglich ja natürlich eine peace space touring maschine kann auch exponentiell viele schritte machen aber ein spiel was in peace space ist da geht es ja um die gewinnstrategie das heißt die exponentiellität ist hier schon in den im spielbaum versteckt da sollten die züge dann nicht auch noch exponentiell lang sein sonst wird es problematisch okay schach hat wie gesagt diese eigenschaft obwohl verallgemeinertes schach etwas bizarr anmutet dame unter bestimmten regelannahmen da gibt es ja unterschiedliche versionen haben sie ko haben sie welche super ko regel haben sie halma also viele viele spiele haben diese eigenschaft in allen diesen fällen da das spielfeld endlich ist muss man irgendwie verallgemeinern und deshalb sinnvoll verallgemeinern was die wahre komplexität ist ich sage hier die wahre komplexität weil man tatsächlich sagen kann natürlich auch wenn die probleme so wie sie so wie sie gegeben sind als spiel endlich sind kann natürlich kein mensch der das spielt alle möglichen stellungen im kopf haben und dann immer den optimalen zug wählen so spielen wir nicht wir spielen dadurch dass wir versuchen zu berechnen was der richtige zug ist also für uns trifft eher die komplexität abschätzung zu als die wenn man sagt das ist als o1 das ist eigentlich keine gute abschätzung verallgemeinerung ist allerdings nicht immer möglich also zum beispiel bei backgammon gibt es keine sinnvolle spiele komplexität das obwohl das ein durchaus komplexeres spiel sein kann aber es ist einfach unklar wie backgammon zu verallgemeinern ist also da 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 gibt es verschiedene wege und da kommen unterschiedliche dinge raus also deshalb ist es nicht so klar zu sagen was das bedeutet wichtige einsicht am ende kann man sagen ja spiele sollten komplex sein um lange zu motivieren also sie sehen alle berühmten und beliebten spiele selbst relativ einfach erscheinende haben eine doch relativ hohe komplexität wenn sie viel einfacher wären als das wären sie ziemlich uninteressant dann würden wir gleich sehen wer gewinnt keiner würde mit uns spielen wollen oder es würde immer unentschieden geben oder wir wüssten sofort die lösung von all das macht keinen spaß ja also es muss komplexität haben damit es spannend ist okay das also der abschluss zur komplexitätstheorie zumindest für dieses video wenn sie jetzt sagen ich hätte gern noch mehr komplexitätstheorie da gibt es wie gesagt viele weitere themen wir bieten eine vorlesung an der TU Dresden an complexity theory die in der regel traditionell im wintersemester läuft und ganz allgemein wenn sie an der TU Dresden sind oder auch anderswo und sie sagen sich hey das ist aber spannend was wir hier machen theoretische informatik da könnte ich noch viel mehr machen wir haben auch interessante aufbaustudiengänge im master ja computational modeling und simulation zum beispiel ein internationaler studiengang da gibt es einen ganzen track logical modeling wo sie also die freiheit haben den großteil ihres masterstudiums mit veranstaltungen zu belegen die sich mit komplexität mit mit logik mit anderen aspekten der theoretischen informatik und der künstlichen intelligenz beschäftigen und das also richtig tief noch mal machen können da gibt es vielleicht auch noch ein paar online materialien mal sehen ob ich dazu komme die videos auch noch zu erstellen das macht doch ganz schön okay das also erst mal der ausblick und im winter sieht man sich ja vielleicht auch mal wieder in präsenz in diesen kobe zeiten in denen ich das aufnehmen ist ja alles video aber es wäre auch gar nicht so schlecht mal wieder vor der tafel zu stehen das also der abschluss zum thema komplexitätstheorie als nächstes wollen wir auch überhaupt in den zweiten teil dieser videoreihe übergehen ja theoretische informatik und logik das heißt der fokus wird jetzt wieder stärker ein bisschen in die logik sich verlagern wir wollen prädikaten logik einführen das kennen sie wahrscheinlich schon wir machen das aber noch mal aus aus der sicht der logik und nicht so sehr aus der sicht der mathematik die das oft als kurzschreibweise verwenden ja sie haben bestimmt schon viele quantoren gesehen ohne dass irgendwann mal jemand richtig erklärt hat wie die logik funktioniert ich unterstelle das mal vielleicht ist auch nicht so wir werden über die schwierigkeit von logischen problemen nachdenken und deren entscheidbarkeit oder komplexität untersuchen dafür haben wir ja jetzt die notwendigen hilfsmittel und werden dabei auch eine reihe unentscheidbare probleme treffen das wird also der nächste große komplex da geht es auch ein bisschen um algorithmen wie kann man mit logik rechnen und ganz am schluss dieser videoreihe um das gleich noch zu sagen kommt das dann hoffentlich alles zusammen und wir sprechen nochmal über die die bedeutung von logik berechenbarkeit wissbarkeit von solchen dingen da geht wird uns kurt gödel einiges zu sagen haben gut das also für jetzt der abschluss bis zum nächsten mal hier zurück in der logik dann tschüss und auf wiedersehen bis zum nächsten mal hier hoch bis zum nächsten mal hier bis zum nächsten mal hier bis zum nächsten mal mit